Viparita Yudhasana, die Kampfstellung. Elena zeigt, wie es geht. Vom Fersensitz komme zum Sprinter. Zum Beispiel gibst du den linken Fuß nach vorne und dann gibst du den linken Ellbogen auf das linke Knie, den linken Unterarm nach oben. Du hebst den rechten Arm nach oben und du drehst dich und schaust dann in die Verlängerung des Armes nach oben. Dies imitiert so einen Bogenpfeil und Bogen, den du losschießen willst. Im Yoga sind wir zwar friedvoll, friedvolle Helden, aber manchmal gilt es auch, sich für etwas einzusetzen. Vor allen Dingen muss man manchmal ein Ziel haben, auf das man hinarbeitet. Und dafür steht Viparita Yudhasana die Kampfstellung. Viparita heißt gegenüber, umgekehrt und Yudha heißt Kampf und Asana heißt Stellung. Mehr Infos über viele Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Viparita